Ich bin jetzt ein Volksheld, haha, haha. Ich dachte mir, wir machen die noch schnell fertig hier. Wenn wir schon mal da sind. Ups, ich glaube, das war easy. Affetuoso! Das geht! Schön, dass du hier bist. Das Sollhaus wird wahrscheinlich was Wichtiges sein für uns. Aber zeigt uns jetzt auch nicht an, wo wir hier finden. So, das ist Mondaufgang, das ist Mondaufgang, Mondaufgang. Müssen wir suchen. Und Timo ist auch da, ne? Alles fresh? Was geht denn hier Geiles, ey? Alles, was mit Kaffee zu tun hat, natürlich. Ne? Schön, dass ihr hier seid. So ein bisschen... Ach du Scheiße, Action. Ach du... Schattenverflucht, oh no. Oh no. Wir können ihnen nicht mehr helfen. Das sind auch ein paar der Flüchtlinge. Speichere mal ab. We have to fight. With the right. More signs of dark justice. They must have a stronghold nearby. So viele? Das war nicht der Plan. Scheiße. Jett, das war nicht der Plan. Jett, das war nicht der Plan. Jett, das war nicht der Plan. War bei Infusion, das sind nun Hartbus. Also ein perfekter Freitag. Nice. Du musst einen Weg nach vorne finden. Und... Wie fühlt es sich an... wieder lebendig auszusehen? Ist cool, ne? Bam, der erste ist weg. Drei. Huh. Nein. Oh, stimmt. Das können wir wieder nutzen, weil wir... Gast hatten. Du nehmlich. Du nehmlich. 42 nur. Doppelgrit. Alter. War das gut. Kaffee, Kaffee, Latte. Wolkenreich und scheunend. Duftet sanft geröstet. Gepudert mit Kakao. Gepudert mit Kakao. Wie geht es genau, Loti? Oh, war das gut. Bam. Der nächste down. Oh, das kann man alles verkaufen. Ähm. Aber faulter Zitrone jetzt eher weniger. Und pauliger Tumor. Kann man für den Trank benutzen. Äh. Das ist ja... Das ist ja faulig. Und ich habe würde mich bedenken. Ich bin nicht fertig. Ich bin fertig. Das ist ja nie. Boah. Ich bin schlecht. da ist der letzte schatten einfach nur gut einfach nur gut und verkaufen abverfolgte pilz ja du gottes den verfaulten pilz das habe ich mitbekommen reicht nicht stimmt wir machen ja doppelt damage mit unserem neuen bogen dem schock schießer weil ein geiles teil so speichern das lief richtig gut wir werden immer stärker kommen immer besser klar ich würde jetzt richtung zollhaus glaube ich gehen oder wobei wenn sie hier jetzt nach uns gerufen hat vielleicht sind die eher hier drüben ich muss mal gucken auch andere seite macht auch Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich gehe einfach gerade nur nach Gehör, aber... Ich kann auch voll Käse sein, was ich hier mache. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte Richtung Westen gucken. Dann machen wir das erstmal. Aber bitte nicht runterfallen. Es sind verschiedene Gebäude auch noch hier. Heilhaus. Da ist ja jemand. Ich muss den Doktor sofort sehen. Ich bin kein Patient, euer Chirurg hat gehört, dass ich die ruhigsten Hände in diesem Teil von Ferun habe. Oder? Oder die Symptome von Assasinblut nachahmen, einem bekannten Gift. Oder überzeugen. Wartet, meine Wunden sind nicht äußerlich. Trotzdem brauche ich Hilfe. Oder gehen wir weg? Ich würde sagen, das könnt ihr entscheiden. 1, 2, 3 oder 4. Immer diese Wartezeit im öffentlichen Gesundheitswesen hier. Nein, Loti. Nein, Loti. Wir gehen nicht weg. Danke. Ich kenne dich, Loti. Frechdachs. Frechdachs Main. Wenn jetzt noch jemand die eins macht, dann ist perfekt. Das traut ihr mich immer so. Frechdachs Main. Ja, frechdachs Main. Alles klar? Dann suche ich aus. Denn... Die Symptome von Assasinblut nachahmen. 16. Easy. Eine Blut für sie. Viens. Ja. Die Doktor wird dich sehen. Die Doktor wird dich sooßen. Zugriff zum Theater. Richtig. Be saved. Was auch immer. Knochen-Säge liegt einfach so offen rum. Okay. Ich möchte ja nichts sagen, aber hier ist ein Skelett. Das ist nicht das beste Ding hier, um zu sagen, hey, hier wird man geholfen. Hier wird man eher eingetütet. Das Skelett wurde bestimmt auch geholfen, nachhaltig, ja. Ähm. Ähm. Ein bisschen weird ist das hier. Guck mal, wir gehen durch die Tür, obwohl es nicht komplett offen ist. Was stört der Patient? Oh, fiese Folter. Wurde, Säge, show us the extent of your beneficence. Stop. Stay your hand, for it slaps where it should stroke. We can hardly hear the patient sighs of solace. Meine Erfahrung nach besteht Folter mehr aus Schmerzen, weniger aus Bekehrungsbemühungen. Sättlichkeit mit Folter? Aber eine Wahrheit, insofern. Sie? Was ist die Licht der Augen, aber der Schmerz, der einen schmerz, die einen zu sehen, die Lacerung des Menschen? Wenn Licht ist der Symptom, dann ist die Schmerzen der Begriff. Denn in Licht gibt es Presenheit, aber in die Schmerzen gibt es Absenheit. In Licht ist Presenheit, in die Schmerzen ist Absenheit. Du bist gut auf deinem Weg, aber ein weißes Blut, der dich noch nicht verliebt. Lass uns den Kürzen enden. Oh Gott, was machen wir, Chad? Den Blick über die Klingen der Schwestern wandern lassen? Oder überlegen, was du über Schars lehren weißt? Oder überzeugen, die Schwestern sind noch nicht bereit. Sie machen mich kreim, statt mich zu heilen. Oder direkt angreifen. Oh Gott, ich glaube, das wird ein Boss. Der wird heftig. Der wird schwer. Ob wir damit reden, vielleicht durchkommen? Fünftens weggehen. Ja, jetzt wäre weggehen, schön. Loti, ich brauche dann weggehen. Vielleicht hattest du doch recht. Weggehen, vielleicht doch die beste Variante. Nö, voll. Ja, Loti geht auf angreifen. Religion? Gar nicht wahr. Hm. Weiß ja nicht. Okay, Chad, ihr wollt die Religion. Überlegen, was du über Schars lehren weißt. Machen wir mal Bonus rein. Okay, es geht weiter. Euer Subjekt ist verunreinigt. Schars Beistand darf nur den Willigen gewährt werden. Und jetzt kommt wieder ein mit dem Kling der Schwestern. Überzeugen, dass die Schwestern nicht bereit sind. Oder angreifen. Ja. Das ist grad schon... Das, äh... Ne? Ich spreche mal ab. Ich würde mal die Nachforschung nehmen. Gibt es schon Erfolg? Die Schwesternbläden sind unkämt. Rastet mit Blut. Selbst in deinen gewählten Händen wäre ein süßes Kuss schwierig. Ja. Ich würde den Punkt mal weiterführen. Eure Klingen sind ja in grauenhaften Zustand. Damit macht ihr keine sauberen Schnitte. Sie sollten gegeneinander kämpfen. Ja. 21. Aber wir hätten einen Bonus von bis zu 10... bis zu 12. Ja. Ja. 4. 4. 5. 6. 5. 6. 6. 7. Es ist ein glückliches Moment, wenn man sieht, dass sich ein Geheimnis so lieblich gemacht hat. Ihr solltet ihr für ihre Graduation beobachtet werden. Weiß er nicht. Ich würde mich damit lieber eigenhändig vertraut machen, wenn ihr mir zeigt, wie es geht. 21. Shit. Kann ich bitte nochmal? Yes. Was war das denn jetzt? Ach so, der zeigt schon das Ergebnis an vorher. Ach ja. Was soll das denn? Deine Diligence ist exemplarisch. Sehr gut. Dein eigener Skalpel wird ihr sein. Observe. Dann schreie ich mich in die Succa von Schaar. ich glaube ich habe ihn besiegt ich habe nichts gemacht aber ich habe ihn besiegt ist okay lähmender kritischer treffer ach ne nicht bei ramponierte laute schlüssel kristallinse was war das noch mal das dritte eher was für sie hier toten sprechen braucht sie aber auch gar nicht gut knochensäge also das war wirklich weird ich weiß ja auch nicht ich bin jetzt mal im arsch und lass ihn noch ein bisschen liegen nur ein kleines bisschen schlüssel 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 Schattenwurzack Gut, let's talk to him Eigentlich muss man seine Qualen jetzt beenden Fesseln gelöst Da hinten geht's raus Oh, da ist ein Fenster Okay, der ist abgehauen Der ist weg Den sehen wir nicht wieder Und ich glaube fast Hier sind nicht die Leute, die wir suchen Hier war's Ein bisschen anders wild Ist hier oben irgendwas Schönes? Stoffbär Dichtband Hier ist nichts weiter Großartig Lohnt ja gar nicht Das heißt, hier geht's dann wieder raus Nee, noch nicht Aber sehr viele Leichen hier Mit Kartoffeln Oh Stimmt Wir haben den Vater Von Arabella gefunden Und die Eltern Sie sind tot Sie sind tot Ups Warum behandelt ihr eine Leiche? Die Leiche leicht anstupsen Man weiß ja nie, was passiert Da das jetzt geklärt ist, könnte ich dann ein paar Feuerte kaufen Noch gerne, Lucky Look Stell dich mal erst mal ordentlich hin Kuss des Wahnsinns Schlacke brauchen wir noch Wo habe ich echt nichts bei ihm? Bei ihr ein paar blaue Sachen, aber Oioioi Das wird damit alles verdienen können Das schon Knüppel Wieso? Achso, das ist der packgebundene Kriegshammer Stimmt Eigentlich hat er ja das Messer hier Und die Schwert der Schreie Ich glaube, ich verkaufe ihm lieber mal nichts Schwert der Schreie Da war ja was So 38 noch Ja, kümmere dich mal um Patienten Ja, 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 genau 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 Mach das mal Eine Weidenruhe Nehm ich Ja, 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 ja Ich gehe jetzt wieder raus Spieluhr Knochen-Säge Gut, gehen wir mal auf der anderen Seite durch Ja, hat mir doch recht Dass hier jemand ist Aber, naja Hm Gefies mit Blut Hier geht's auch raus Und die sind verflucht Was ist da denn hin? Zu dunkel Blitz Oh, doch so viele Das war nicht so der Plan Das war nicht so der Plan Das war nicht so der Plan Oh, so ein Todesalb dabei Äh, war vielleicht nicht ganz ne gute Idee Vielleicht Ich gehe jetzt 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 Ähm Aua Ich habe nicht viel gebracht Das ist ja noch eine Okay, der ist stark Der Hundi ist stark Das Hundi Habe ich erwartet Das habe ich erwartet Ähm Die sind Shit Nice Okay, das ist weg Gut Ganz genau, Loti Aua Scheiße Umgefallen Das war okay Du, das Rettung vielgeschlagen Oh 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 Ähm Ich versuche einen Rückzug Scheiße, das reicht nicht Das reicht wahrscheinlich nicht, ne? Doch, das reicht Galax steht wieder Ähm Können wir Galax die hier erstmal geben Gut Au Bisküter Die sind jetzt gerade wirklich heftig Einen hier Einen Ach, scheiße 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 Den Hund würde ich gerne gehen Sehr gut Starkes Ding Schwierig 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 Genau deswegen Und deswegen Dieser scheiß Köter Geht, das war nice Gehen alle auf sie Gehen alle auf sie Gehen alle auf sie Schade Ach, der ist da drüben So ein Schisserhund Ich sag's wie sie ist Der hat Schiss Der hat einfach nur Schiss Geht der nächstes weg Wem können wir nicht Ja komm ich Da komm ich auf Ein wunderschönen Ragnan Das geht Alles tutti bei dir Was ist hier was schönes Ist hier was schönes Ja Mit ihr Keine Heilung Besser wo ich dich Und dein Stream Sehe Was Äh Damit kann ich nie umgehen Freut mich aber Freut mich aber Ja Schön dass du hier bist Kann ich dir helfen Bist du grad bedroht Schattenkieferbiss Schattenkieferbiss Die hat dann Weiß Oder auch nicht Alles fit Ja ja Das ist Ne Das muss Das muss Jetzt rennt der schon wieder weg Dieser Missköter No holding back No time to waste No surrender Geißer Wow Das hab ich ja toll gemacht Fick dich Wer ist hier der Boss Hä Wage Das bin immer noch ich Aber Damit ein Wunderschön Das geht Alles fresh Bei dir Mr. Geil ohne Guck nicht so Verdammt Einer noch Gönn Gönn Gut Geschafft Irgendwie Ach hier ist Leichenhaus Okay wir machen Jetzt aber erstmal Eine lange Rast Dringend Gönn Gönn Okay. Ähm, was habe ich damit zu tun? Bla, bla, bla. Äh, es trifft ja nur Will und nicht mich. Wir retten euren Besitz unter einer Bedingung. Oh, und welche Kondition ist das? Dein Geist links mit Will, von seiner erhöhten Panik. Was machst du? Will relaxert und deine Verbindung fadet. Wir retten diesen Besitz, wenn ihr Will aus seinem Pakt entlasst. Interessant. Jetzt, warum sollte ich gehen, mein Lieblingspett aus seinem Liebchen zu lassen? Weil wir es können. Oh, ihr könnt wieder entscheiden. Einschüchtern. Ihr könnt dem Kult gestatten, den Besitz zu infizieren. Jetzt geben wir sicher einen loyalen Sklaven ab. Geschichte. Dich an alles erinnern, was du über Teufel und ihre Verträge weißt. Oder auftreten. Sagen, dass du eine Formel kennst, um einen Pakt zu brechen, um einige, äh, und einige pseudo-infernalische Phrasen murmeln. Oder schon gut, wir werden Sarriels Besitz befreien. Ähm. Entscheidetweise. Bitte. Huch. Nein, Loti. Aus jetzt. Musst auch mitspielen. Ui, Dodo. Böse Dodo. Immer diese ausgestorbenen Vögel. Kaffee, Kaffee, Latte. Wolkenweich und schäumend. Duftet sanft geröstet. Gepudert mit Kakao. Kaffee, Kaffee, Latte. Wir nehmen jetzt die Geschichte. Fünftens weggehen. Ja. Tschüss, ne? Gut. Wir machen die Geschichte. 14. Ui, 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 ui. Wir haben's. Let's go. Hallo. Abi, Diabole, et nunquam ready. Warum lacht die mich jetzt aus? Oh. Ich habe nie gesehen such a fearless display of sheer idiocy. Bravo. Fine. Ich will spielen your game. Aber ich nenne die Pakt once die Mission ist done. Nicht bevor. Klaus F, Section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon Soulbearer's fulfillment und wenn das umgang sind dann müssen wir echt aufpassen ach du scheiße wie voll wie viele wollen ja mit mir reden warum das ist ungünstig ich wollte nur schlafen sie kniet wenigstens schon ich meine ich bin ganz ohr ich bin ganz ohr ha 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 cladishdhissig wir Es gibt kraftvolle Menschen in der Worms-Thrall. Wer uns auf der Mondwärm-Towern wartet, kontrolliert es alles. Aber wenn wir diese Kontrolle von ihnen nehmen können, imagine die Kraft, die wir haben. So lange bis wir uns Gedanken schien da verwandeln. Das ist nur das Ding. Wenn wir die Parasite kontrollieren, dann können wir sie nicht, um uns zu verändern. Nicht zu verändern. Mit keinem von den Tentaklen. Ich sage nur, es gibt eine Möglichkeit hier. Wenn wir die Tadpoles kontrollieren, können wir uns selbst sicher halten und die Welt von diesem Schmutz. Oder wir könnten uns ihre Macht zunutze machen. Ich wusste, dass ich richtig war. Gail, hast du schon wieder Hunger? Oder was ist los? Schau mal den Ball hier. Okay, der Ball quietscht. Ein Publikum mit Elminster ist niemals mehr als memorabel. Ich hätte mir Hoffnung, dich zu ihm in weniger schwerer Umständen zu erinnern. Aber diese sind jetzt hierzu schwer zu kommen. Ich hatte mir Elminster immer imposanter vorgestellt. Der Toddering Act ist nur ein Illusion, der er am meisten adept hat, einen erzlichen Wissen zu behaupten. Elminster ist der Wissen der Wissen der Welt der Welt. Vielleicht in der Welt. Sieht ihr ernstlich in der Bewegung, was Elminster gesagt hat? Oh Gott, ist das ein schreckliches Sieg. Ui. Was ist es also? Ihr seid jetzt auf Selbstmordmission? Ich sorge, dass wir es finden, Gale. Versprochen. Dann glaube ich, dass es nichts mehr zu tun gibt, sondern find das Herz des Absoluts. Und stopp' es zu beenden. So. Ich würde gerne den Ball werfen. Komm, Kratzer. Komm. Schnapp' ich dir. Wow. Fein. Der Weg ist unterbrochen. Ey. Kratzer. Beweg dich. Ich speichere mal lieber. Ey, Kratzer. Ball. Ich bin ausgerutscht. Vielleicht. Ähm. Ich weiß ja nicht, was die haben. Also. Ups. Ups. Jetzt kriegst du keinen Ball mehr. Jetzt ist es vorbei. Wo ist eigentlich die Kleine? Sollte die nicht bei uns im Lager warten? Ich bin grad ein bisschen irritiert, weil ich wollte ihr doch eigentlich sagen, dass sie Daddy tot ist und ihre Mutti... Ach, da ist sie. Und Lazarus ist ein bisschen creepy bei ihm. Aber ist okay. Gönn dir. Und hier. Und hier.